So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein weiteres Minecraft-Rätsel und natürlich auch die Auflösung des Rätsels von der letzten Woche. Die letzte Woche, oder in der letzten Woche, da ging es darum, wie wir es schaffen, Feuer in ein Item-Frame reinzubekommen, das halt dann einfach so da drin ist und eigentlich auch nicht ausgeht weitestgehend. Und so ein bisschen in den Vorschlägen stand größtenteils drin, man kann es ja, oder der Weg war an sich schon mal nicht ganz verkehrt, man kann mit einem Bogen und einem Pfeil da draufschießen und dann kann da vielleicht was passieren. Zunächst erstmal, ich habe ein Item-Frame, so, wenn ich jetzt hier draufschieße, ah, war ja zu nah, wenn ich jetzt hier so draufschieße, erstmal das Item-Frame geht kaputt dadurch, weil halt Pfeile zerstören das Ding. Dann der nächste Vorschlag war, dass es mit einem Feuerbogen gemacht ist, also Enchant, Phoenix-Minecraft-Flame, so, ein Feuerbogen und wenn ich da mit draufschieße, dann brennt es kurz und geht es aber auch weg. Und ja, ich habe die 1.10 drauf, geht aber in die Feuerring-Version und die richtige Lösung wäre jetzt folgend gewesen, war das schon ganz richtig, wir nehmen ein Item-Frame, legen auch ein weiteres Item hinein und schießen dann drauf, weil dann würde das Item, was sich darin befindet, zerstört werden und das Feuer bleibt drin. Denn, ihr kennt das ja, wenn ihr Tiere abschießt, was auch immer, dann, äh, verschwinden die Pfeile sozusagen, die werden ja verbraucht. Und da in dem Item-Frame bereits ein Item drin ist, was davon getroffen wird und zerstört wird, wie dieser Pfeil auch verbraucht, aber das Feuer bleibt und wird gecatcht. Äh, es waren auch verschiedene Sachen, dass man irgendwie so einen, keine Ahnung, anderweitig einen Pfeil da reinschießen muss, der wird aber logischerweise nach einer Minute verschwinden. Also was im ersten Pfeilschießen dann ein Item-Frame drüber legt oder so, der Pfeil wird halt nach einer Minute verschwinden, weil Pfeile eben nach einer Minute generell verschwinden, aber so geht das ewig lang, sozusagen. Also, weil es ist ja kein Pfeil da, außerdem würde ich ein Pfeil ja einsammeln, wenn ihr ein Pfeil wäre. Und, ja, natürlich, äh, anderer Nachteil, das Feuer verschwindet wieder, wenn man neu in die Welt reingeht, aber ansonsten bleibt es stundenlang eigentlich da. Generell, äh, ja, würde ich sagen, das war die Lösung. So ein kleines bisschen, hm, muss man auch wieder wissen. Ich würde mal nichts zu Einfaches machen und, äh, ja. Auch heute werde ich vielleicht wieder nichts ganz zu Einfaches machen und, ähm, ich werde, das kann man nicht wegmachen, ähm, ein neues Rätsel aufgeben und, äh, bei diesem Rätsel geht es ein bisschen um Redstone und das mögt ihr immer und, ähm, ich möchte, dass man ohne Energiequelle eine Lampe anzündet, sozusagen. Also, wir haben hier eine Redstone-Lamp, äh, Comrade, da können wir auch nehmen und dann nehme ich mal Redstone raus und zwar acht Stück, weil mit neun Stück würde man ja wieder einen Block craften können. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Game-Mode 0, so, in den Survival-Mode und dann, äh, ja, also ich kann mir keinen Block durchcraften, also auch keine Energiequelle herstellen und ich kann mir auch kein, ähm, kein Holz besorgen, sodass ich eine Fackel craften kann. Wir stehen nur fertige Fackeln, wir können das nehmen, was wir hier auf der Insel halt finden jetzt, aber wir können uns keine offensichtliche Energiequelle sozusagen craften. Wir können einen Blick kurz in die Kiste werfen, was da noch so, nups, was da noch so drin ist, da ist, äh, äh, nichts drin, was wir so wesentlich brauchen können. Äh, Comparator habe ich halt noch und, äh, Command-Block hier, aber den brauchen wir eigentlich mehr oder weniger, ich mache nur den Blitz. So, äh, das Einzige, was als Energiequelle theoretisch fungieren könnte, ist jetzt, wenn wir hier eine Kiste nehmen und, äh, da hier, ne, ist ja eine Redstone-Kiste, da würde man ein Signal rauskriegen. Deswegen werde ich die irgendwo hier hinten hinstellen, sodass man da nicht rankommt mit den acht Redstone, die ich hier habe. Also ich setze einfach mal, äh, die, die, den, 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 den Dings mal hier hin, so, und dann würden wir nicht zur Kiste rankommen, denn die Kiste möchte ich ausschließen. Vielleicht brauche ich die für später mal, aber okay, wir kommen nicht ran. Wie muss wir jetzt noch leben, wir kommen nicht ran. Wir haben nur acht Stück. So, jetzt die Frage, wie können wir die Lampe zum Leuchten bringen? Mit den gegebenen Sachen, die wir eben haben. Also in den beiden Sachen hier, ich bin so weit wie man. Äh, ja, ihr dürft hier nichts kaputt machen, abbauen, Fakkel oder sowas kann man abbauen oder so, das ist kein Ding, aber ihr könnt ja eh nichts abbauen, weil es hier ein Stein ist, dann müsst ihr ewig lang rumkloppen. Aber es gibt auch eigentlich nichts hier so. Die Aufgabe an euch, zündet diese Lampe an. Mit den Sachen aus dem Mittag. Gut, viel Spaß bei der Aufgabe. Sagt mir, wie es war und sagt mir auch, ob es einfach oder schwer war. Ja, also weitestgehend ist die Rückmeldung gut bei den Rätseln, also die Schwierigkeitsstufe scheint okay zu sein, es muss man halt, ne. Egal. Viel Spaß beim Rätseln, zündet diese Lampe an, nur mit diesen beiden Sachen hier und den Sachen, die halt hier gegeben sind. Nichts abbauen und dann, gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, lass krachen und tschüss.